Hi, ich bin Inkenmeyer, im Netz auch bekannt als Mejola und ich bin freiberuflich Artdirektorin und Projektmanagerin und Mitgründerin der Digital Media Women. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich will nie wieder eine Bewerbung schreiben. Klingt ein bisschen kühn, bei mir funktioniert es tatsächlich. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte einen Vortrag oder Workshop kreieren, indem ich dich als mein Publikum zum Superhelden oder zur Superheldin machen kann. Und die Idee ist es, mit dir auszuarbeiten, was ist wirklich dein Traum, was möchtest du wirklich von ganzem Herzen tun und darauf deine Expertise aufzubauen, sodass sie deutlich wird, dass die Leute zu dir kommen, die Empfehlungen und Jobs von alleine zu dir kommen und du das machen kannst, was du wirklich willst, ohne dass du eine langweilige Bewerbung schreiben musst. Und meine Mission ist es tatsächlich, Menschen dazu zu bringen, zu befähigen, das zu tun, was sie wirklich, wirklich, wirklich wollen. Und deswegen mache ich das. Fertig!